Hallo liebe Mafiosi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Wie ihr wisst, kein Mafia Montag mehr, kein Mafia Mittwoch mehr, zumindest jetzt fürs Erste. Aber sobald die Mafia Trilogie rauskommt, die Remastered, werden wir natürlich wieder Mafia Montag und Mittwoch am Start haben. Aber ich muss mich jetzt ranhalten, deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen regelmäßiger Mafia Content zu sehen bekommen, damit ich dann rechtzeitig Mafia, das Remastered Mafia spielen kann und hochladen kann am Mafia Montag und Mittwoch. Beziehungsweise ich glaube, zumindest im ersten Part werde ich auch unregelmäßig hoch, ah ne, andersrum, ähm, regelmäßig, aber nicht Mafia, nicht am Mafia Montag und Mittwoch, sondern auch an allen gängigen Tagen, ähm, ja, den ersten Teil auf jeden Fall, und beim zweiten schaue ich dann mal, ob ich dann wieder mit Mafia Montag und Mittwoch starte, oder ob die auch an allen anderen Tagen rauskommen. Ah, bin ich auch unentschlossen. Also cool an Mafia 2 ist auf jeden Fall diese Minimap, die den Weg direkt weist. Wop! Okay, wie dumm muss man sein? Also jetzt wirklich, wie dumm muss man sein? Das war ja jetzt... Ja, beantwortet mir einfach mal die Frage. Wie dumm muss man sein? Ich weiß nicht, wie das gerade passieren konnte. Och, und das passiert mir jetzt auch schon wieder. Ja, wir behalten jetzt einfach das Polizeiauto. Keine Lust, um jetzt da wieder ein neues zu klauen. Ich muss einfach zu Bruno kommen. Ich bin mal gespannt, ob es einfach mit einer Videosequenz gleich abschließt, oder ob wir... Warum? Digi, ich bin... ein... Bro. Das war ohne Scheiß. Was soll das? Boah! Was passiert denn hier, bitte? Also ich meine, okay, die haben das Auto als gestohlen gemeldet, ja? Nehme ich mal an, als ich denen das geklaut habe. Aber... Dieser Polizeiwagen gerade ist einfach an mir vorbeigefahren und hat direkt erkannt, oh, das ist der Gestohl, ne? Woran das denn? Also behaltet mal ein bisschen Logik bei, bitte Mafia. Ich hoffe, dass ihr es beim Remastered schafft. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bitte einsteigen. So, jetzt bin ich nicht mehr im Polizeiwagen. Wir sind da zwei Polizisten zu Fuß unterwegs. Sind das die beiden Trottel, denen ich das Auto weggenommen habe? Möglich. So, wo muss ich denn jetzt hin? Einfach, ach gut, easy. Zum Hafen, ne, ist das. Oder? Ja, da müsste doch der Hafen sein. Ja, ja, klar. So, bildet mal eine Rettungsgasse für mich. Oh, geiles Lied. Ja, das für ein Radio in Mafia 2 ist auch echt geil. Mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass die es in Mafia 1 jetzt auch mit reinbringen. Also, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Hä? Ist das nicht hier? Ui. Ich glaube... What? What? Okay. Ich weiß gerade nicht, ob es ein grafischer Fehler ist. Aber ich sehe keine Polizei. Oder sind die da tatsächlich oben? Hm. Ein Schubert. Hm. Keine Ahnung. Optisch sah das Auto schneller aus. Ich habe es geklaut. Jetzt habe ich es geklaut. Mensch, du Bauer. Ich bin gespannt. Ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Was meinst du, warum ich hier bin? Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Ach Mensch, was für ein Glück ich doch hab. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar... Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ihren Mann. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito wie noch? Vito Scarletta. Ah, Scarletta. Ich kannte mal einen Scarletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also, Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Hm. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher. Ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt mit dem Vater. Ui, wir haben Kapitel 14 abgeschlossen. Per aspera ad astra. Ich konnte nicht schlafen. Es sah übel aus und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcon, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich habe es bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Mit Gefängnisstrafen, Leben in Angst und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert, doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Ich finde ja schön, dass du sagst, ich habe getrennt von Freiheit. Ich habe es bekommen, aber bin dafür im Knast gelandet. Errungenschaft freigeschaltet bei der Arbeit. Aha. Ja, hallo. Vito, hier Eddie. Hör mal, du müsstest... Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein, aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Ha, bis dann Vito. Alles klar. So, ziehen wir uns doch erstmal um. Das sieht doch cool aus. Anzug mit Brille. Ne, falsch. Da lang. Mr. Scaletta, würden Sie bitte einsteigen? Ach, na toll. Hey, alter Mann. Was machst du denn hier? Verflucht steigt schon ein. Los jetzt! Und Sie sind? Das ist unser Freund, Mr. Chu. Okay, also was läuft hier, Leo? Worum geht's? Es... Es geht um dich, Vito. Du hast schwer Scheiße gebaut, hm? Hast einen Scheißkrieg angezettelt. Keine Ahnung, wovon du da redest. Verarsch mich bloß nicht, Kleiner. Ich hab schon mehr von diesem Metier vergessen, als du je lernen wirst. Die Hälfte unserer Leute ist tot, die Hälfte von Mr. Chu's Leuten ist tot und jetzt setzt uns allen die Bundespolizei im Nacken. Alles deinetwegen. Leo, hör zu. Du hörst zu. Wäre ich nicht gewesen, wärst du schon längst mausetot. Und deshalb sperrst du jetzt die Ohren auf und hörst mir genau zu. Diese Chinatown-Sache. Daran war doch nur dieser Schwanzluca Henry schuld, oder? Weißt du, für wen er gearbeitet hat, bevor er gestorben ist? Er wurde abgeschlachtet. Er hat für die Bundespolizei gearbeitet. Er war ein Scheißspitzel. Deshalb haben Mr. Chu's Männer mit ihm abgerechnet. Und deshalb ist die Bundespolizei jetzt hinter Carlo her. Aber ich lass meine Freunde nicht im Stich. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich hab mich für dich stark gemacht. Und du kriegst eine Chance zur Wiedergutmachung. Okay, lass hören. Tu uns einen Gefallen und erledige Carlo. Und wenn ich's nicht tue? Dann stirbst du. Frank und der Rest der Kommission wollen deinen Kopf. Mr. Chu übrigens auch. Vergiss nicht, dass du dich für einen Spitzel verbirgt hast. Glaubst du, Carlo lässt dir das durchgehen? Du kannst dein Testament machen. Wann? Sofort. Jede Minute, die wir warten, ist ein Geschenk für die Bullen. Er hat sich in seinem Observatorium verkochen. Womöglich ahnt er was. Man kann über Carlo sagen, was man will. Aber blöd ist er nicht. Okay. Lass mich aus. Denk dran, Kleiner. Das ist deine letzte Chance. Wird das cool, wenn ich jetzt auch noch wüsste, wer Carlo ist. Dieser Plottwist wäre dann viel cooler. Hab ich Waffen? Oh ja. So. Zu allererst brauche ich... Ey, 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 ey. Was soll das denn? Keine Angst, ich pass gut drauf auf. Nicht schießen! Was soll das denn? Hilfe! Ja, Hilfe, Hilfe. Hilf dir mal schön selber. Wo muss ich denn hin? Ach ja. Wieder einmal eine komplette Weltreise. Ähm, ja. Also ich weiß leider nicht mehr, wer Carlo ist. Das ist sehr schade. Also ich sag mal so, ich hab jetzt sehr, sehr, sehr lange nicht gespielt. Ähm, da sind mir die Namen natürlich auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber, auch als ich noch, äh, regelmäßig gespielt hab, äh, kam ich mit den Namen nicht hinterher. Ich fand das ein bisschen verwirrend alles. Zu viele neue Namen, zu viele Story... Ne, ne, zu viele Storys nicht, aber zu viel... Ah, wie soll ich sagen? ja, Familien und man gehört doch zu keiner richtig dazu und arbeitet mal für den, arbeitet dann mal für den. Das hat mich ziemlich verwirrt. Dass ich für jeden Mal gearbeitet hab und dann doch nicht und dann, ja, keine Ahnung. naja, jedenfalls muss Carlo jetzt dran glauben. Arme Socke. Okay, also dieser Typ, der auf offener Straße hingerichtet wurde, scheint, ähm, ein Spitzel gewesen zu sein, der Bundespolizei. Und die Chinatown-Leute, die wussten das und haben ihn deshalb hingerichtet. Ja, wir sind drauf reingefallen, ne? Schon blöd. Es sind echt viele Leute gestorben, wenn man so mal die letzten Missionen, äh, zurückdenkt. Allein in der letzten sind ja voll viele gestorben und in Chinatown sind ja auch mega viele gestorben. Ja, ja. Das ist ein teurer Spaß, den wir uns da geleistet haben. Boah, ich will hier gerade die Kontrolle, Aquaplaning. Mein Gott. So, jetzt habe ich es wieder. So, wir sind gleich da, ne? Hier oben ist es doch, ja. Ganz am Ende durch. Och, Gott. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich links dran vorbei will oder rechts dran vorbei. Man hat mich einfach für Frontal entschieden. War doch eine gute Wahl. Zumindest lebe ich noch. Ja. Also, ich muss sagen, nochmal zum Glück zur Mafia-Trilogie, zum Remastered, dass ich mich da richtig drauf freue und mich dann auch freue, tatsächlich schon Mafia 3 dann zu spielen. Ich weiß, es ist schon ein alter Hut, aber ich habe es immer noch nicht gespielt und ich frage mich, ob Mafia... Hoppala. Ob Mafia 3... Ähm... Ja, auch irgendwie im Zusammenhang steht mit den anderen Teilen. Hier ist ja der Zusammenhang die Starby mit ähm... Tony. Ach, Tony. Tommy. Komme ich denn jetzt auf Tony? Wie gesagt, zu viele Namen, die mich verwirren. Hey Jungs. Hey Vito. Der Boss will dich sehen. Gut, ich will ihn auch sehen. Äh, einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Na klar, bedien dich. Haha, sehr geil. So kann man es auch machen. So kann man es auch machen. Habe ich die Thompson noch? Ja. So. Ja, jetzt sterben wieder ein paar Leute, ne? So, zwei, drei. Na, gib mir noch die Munition. Okay, kann ich irgendwie nicht nehmen. Aber ich werde jetzt für die Munition sicherlich nicht, äh, sterben. Scheiße, du hast. Habe ich den einen? Ne, da ist er. Jetzt habe ich ihn. So, zwei Leute noch. Einer ist da oben, okay. der andere hier hinten. Oder auch nicht. Ach, da drinnen wahrscheinlich, ne? Oh, okay, sind doch noch mehr als zwei. So, jetzt dürfte ich aber das Magazin der Thompson, Dankeschön, nehmen können. Ach, so. Och Gott, sind das noch viele. Na, jetzt sterbe ich. Ey, der lebt ja noch. Ey, ich dachte, der wird tot. Das war jetzt unfair. Ich habe gedacht, der wird tot. Oh, ne, alles komplett neu, ne? Uff. Ich glaube, die kommen gerade gar nicht runter, ne? Die kommen gerade gar nicht runter. Das ist sehr gut. Hopp. Habe ich den? Ne, ne? Der lebt noch. Der dürfte noch leben, da oben, der Dude. ist sehr gut. So, vielen Dank. Komme ich hier eigentlich rein? Nein. Okay. So, muss ich mich jetzt ein bisschen klüger anstellen. Boah. Okay, wenn die mir einfach so in die Arme laufen, sage ich nicht nein. Einer ist noch da. Also, das war jetzt, da habe ich ein bisschen erschrocken, aber, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass die mir so krass in die Arme laufen. Ihr auch? Okay. Wie ihr wollt. Na ja, ich mache es nicht schlimmer. Das Problem ist, ich komme hier nicht mehr raus. Wenn ich nicht schieße, ich schieße nicht, ich kann mich nicht ergeben. Die werden mich töten. Und vorher bestimmt noch schön voll, ah ne, wenn die, ja doch, also wenn die gnädig sind, töten die mich sofort. Ich, äh, ich bin hier stuck. Danke. Ja, das Problem ist halt, ne, schlimmer machen kann ich tatsächlich nicht. Weil, selbst angenommen, die würden mich, leben lassen und die würden sagen, okay, ciao, lass dich hier nicht mehr blicken. Leo würde mich umbringen, ne, oder irgendwer von denen da. Also, ich werde auf jeden Fall sterben. Deswegen, ich habe nur die Wahl, ob ich mich kampflos ergebe, oder den Kampf antrete. und ich habe mich entschieden, da ist keiner, ne, da ist, aber, da ist einer hinter dieser Wand. Ach, da auch, guck mal. Tschüss, tschüss. so, diese Aufmachung. Hä, wo ist denn der, der schießt? Ach, wie cool. Hä, aber erst mal, warte mal, wo kriege ich denn die Schüsse ab? Ach, da oben. Kann ich das hier abknallen, dass es runterfällt? Ne, ne, schade. Okay. Äh, ja, das erinnert mich an die Mission, ähm, von Mafia 1 mit dem, ähm, am Flughafen. So, dieser ganze, ganze, Check-In-Schalter, hat was hiervon. Und das mit der Bank, auch. Ach Gott. Und tschüss. So, schlag wieder nach. Ich will immer volle Munition haben. Wo sind denn die? Da, ne? Nummer 1 und einer noch und dann habe ich es geschafft. Erstmal. So, ich gucke mich mal hier ein bisschen um, was es hier so gibt. Vielleicht gibt es ja hier ein Magazin. Das will ich mir dann natürlich nicht, oh, es kommen noch mehr, nicht entgehen lassen. also wie kann ich, ich frage mich jetzt mal im Ernst, wie kann es einer alleine schaffen gegen so viele? Also, irgendeiner hätte mich doch schon längst aufhalten müssen, eigentlich. Aber gut, ich bin auch einfach, äh, der beste Spieler, ne? Ja, fertig. Dann, auf geht's. Tja. Gehe ich hoch oder gehe ich runter? Immer hoch, ne? So sollte die Devise lauten. Oh, ich kann das Teleskop drehen. Okay. Wow. Okay. Ähm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt jemand kommt. Aber ich frage mich, das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass man das Teleskop drehen kann. Und ich frage mich, was der Sinn ist. so, ähm, ja, Frage, wie geht man das jetzt am besten an? Ich kann nicht schießen. So, kommt. Ja, kommt. Boah. Doch nicht so schnell, du. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der so schnell kommt. Und ich war gerade noch dabei, was zu gucken. Ah. So, jetzt aber, komm, jetzt klappt's. So, einmal hier, dass sie mich sehen. Hallo, da bin ich. Und jetzt kommt. Ja, und jetzt kommt. Ja, einer kommt. jetzt zeigt doch, was ihr könnt. Ich meine, okay, die haben es gerade schon dreimal, glaube ich, gezeigt. aber nicht noch mal, nicht mit mir zumindest. Komm, einer der beiden Köpfe muss hoch und dann nochmal eins. Nummer zwei. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh. Das ist ja sehr instabil. Aha. Power on. Aufstellen kann ich sie nicht. Okay, also auch das, und das Planetarium hat auch was von der Mission mit Sam, wo wir den töten müssen. Tod der Kunst oder so heißt sie, ja, meine ich. Ja, hat sehr stark was davon. Okay, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da jetzt zwei auf mich zugelaufen kommen. Komm, zeig dich. Oder du. Ah, okay, du zeigst dich zuerst. Gut, dann darf dein Freund erst mal gucken, wie du stirbst. So, einer noch. Wow. Hm, wo ist denn der? Komm raus. Ja, ich warte ja auf dich. Ich will mir ehrlich sein hier ein bisschen was angucken, aber ich traue mich gerade nicht, weil da ja noch einer ist da. Noch einer. Ah, der lebt einfach nur noch. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Also das ist schon ganz cool. Also man muss das einfach würdigen in den Mafia-Spielen, dass man sich ein bisschen was anguckt. die haben sich so viel Mühe gegeben. Do not touch, okay. Ja, tut mir leid, ich weiß, ihr habt euch gerade, ich hab's gerade noch gesagt, ihr habt euch viel Mühe gegeben. Nö, der Saturn, den lassen wir in Ruhe. Kann ich das Teleskop benutzen? Nein, dann, tschüss. Tschüss. Das ist die Erde, die Erde darf bleiben. Oh, was haben wir denn hier? Aha, aha, ah ja, okay, cool, das haben wir also da. So, was haben wir hier? Verschiedene Gesteine, Teleskoprohre, Sechs Tanten, glaube ich, waren das. Ah, hier gibt's Tickets. Okay, der Ticketschalter. Ausrauben kann ich ihn nicht. Der Giftshop. Das ist wahrscheinlich der Ein- und Ausgang. Ja, cool, also wirklich, ich find's echt cool gemacht. Was haben wir hier? Pendel um at 12 14 AM. Aha. pendel, pendel rum. Dann noch in die Richtung. Okay, reicht, ne? Oh, ist das keine Thompson? Oh, schade. Ich hab gehofft, wieder volle Munition zu haben. Oh. Also, schön cool, so ein Planetarium, ne? Das hat echt schon was. Also, die haben es wirklich auch richtig gut dargestellt. So, was haben wir hier noch? Aha. Aha. Ja, ich frag mich, sagen wir zurück zum Teleskop? Nee, ne? Ja, ne, machen wir nicht. Aber ich frag mich, ob man noch was machen könnte am Teleskop. Schließlich kann man das bewegen. Ui. Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg hallo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? What the fuck? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, in unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbirgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast, abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um! Zwei! Zofort! Du bist mauseton! Bin stolz auf mich! Sterb, du Arschloch! Du schießt wie meine Schwester! Mann, das war echt klasse! Die zwei Irren um! Gib mir Deckung, Vito! Ja, also freut mich, dass der doch noch ein Stückchen Ehre hat und Loyalität. Und, ja, zumindest seinen besten Freund hat sich getroffen! Nicht um... Oh, von wo kam... Von wo kamen die Schüsse? Ich glaube, der stand direkt vor mir, ne? Verdammt noch mal! Leg die zwei Irren um! Da ist einer! Hm... Da ist einer! Und dort... Ey! Zeig dich! Immer noch mehr! Also, wieso gehen dir nicht die Männer so langsam mal aus? Ich verstehe es nicht! Der hat ja unendlich viele! Einer noch? Mist! Errungenschaftsfriseur! Hast du Schiss, Arschloch? Oh, da ist der! Nein, ich kann nicht schießen! Hallo, du stehst im Weg! Gib mir Deckung! Oh, wie viel hält der denn aus hier? Oi, 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 oi! Weißt du was, Carlo? Zehn Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich es für mich. Scheiß! Auf! Dich! Scheiß Wichser! Hm. Das Familien-Eirung wurde freigeschaltet. Scheiß Wichser weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Kapo machen mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch 5 Dollar, Mann. Geil. Ja, da würde ich mich zum Kapo machen. Okay. Wieso kann ich nicht laufen? Ach, come on. Also der Humor ist schon echt geil hier, ne? Wenn man den Gesprächen zuhört. Du schuldest mir 5 Dollar. Okay. Ist ein guter Grund, jemanden nicht umzubringen. Wieso bleibt er jetzt so hinter mir stehen? Scheiße, was soll das denn? Schon gut, Jo. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Ich glaube, das sind keine guten Ausgangs für Joe. Okay. Was ist das große Geheimnis? Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Das ist das Ende des Spiels. Das ist das Level 15. Hat das Spiel nur 15 Level anstatt 20? Tatsache. 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 Oh, komm. Das finde ich gerade echt... Puh. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist so ein offenes Ende hat. Weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von? Oh, ich... Also... Ja, was soll ich sagen? Hm. Ich bin sprachlos. Ich... Tut mir leid. Ich kann gerade nichts dazu sagen. Ich bin gerade echt sprachlos. Ich hätte nicht mit so einem Ende gerechnet. Ähm... Ich hoffe, dass die ihn leben lassen, weil er war immer loyal. Hat mir geholfen. Äh... Andererseits, okay, er hat mich auch in die Scheiße erst reingebracht. Aber, hm. Na gut. Ich sehe gerade... Beziehungsweise bei der letzten Aufnahme habe ich es gesehen. Zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr es neu ist. Ich glaube, ich habe es einfach übersehen. Aber keine Ahnung. Das hier drei Level sind. Oder drei Missionen. Oder drei neue Storylines. Oder keine Ahnung. Hm. Ich denke, ich werde ja auch spielen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die spielen werde vor Mafia... Vor der Mafia Trilogie oder... Also vor dem Remastered oder danach. Aber gut. Ähm... Wir werden auf jeden Fall noch über das Ende reden. Ich muss darauf erst mal klarkommen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein.